guten morgen leute paul erichs am stichel sagen wir was cooles baden frei osterei ok 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 wir haben hier eine geile strecke prolog die haben wir jedes jahr schon verfahren ich würde sagen hier abspringen im hinterrad dort landen ja okay entschuldigung wie scheiße koin ja wir zum prolog ich bin jetzt fertig mit dem prolog ich habe mich schnell gefühlt aber leider nicht sauber gefahren aufs mal geflogen an der dümmsten stelle die überhaupt geht dann war mein vorderrad schief ich konnte aber trotzdem wieder auf dem vorherigen aufholen und ja ich gucke einfach ich gucke einfach im ersten gruppenrennen bzw ich bin im zweiten also in meinem ersten rennen gucke ich einfach wie es geil wird und ich habe einfach nur spaß und dann wird es eigentlich auch immer am besten ja wir sehen uns da ich mache euch mit der gopro drum wird fertig wird fertig letztendlich mit der duschwand bei dem die draußen flohren ab also plattere mich noch mehr ab und ab geht ab und ab 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 Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, jetzt geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017